Grüezi miteinander, schön sind wir alle da. Passend zu dem wunderbaren Frühlingswetter und der Corona-Krise möchte ich heute etwas Regionals kochen, etwas Frisches, etwas mit viel Vitaminen und darum gibt es heute fangfrische Rüebeln. Natürlich bei der Vorbereitung das Wichtigste ist, dass man hier schön Viehzwiebeln schneidet und da habe ich noch einen kleinen Trick für alle, die ein bisschen Probleme haben mit Tränen in den Augen. Nehmt einfach ein Stück Klarsichtfolie, legt die so her und dann könnt ihr das quasi in einem Schwung so um den Kopf machen und schon sind ja total geschützt gegen irgendwelche Tränen, die es beim Zwiebelschneiden geben könnte. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr nicht irgendeine billige Folie nehmt, also Pre-Garantie geht nicht, da sieht man zu wenig durch. Schaut ein wenig auf die Qualität und dann habt ihr natürlich hier kein einziges Problem mehr mit Tränen in den Augen. So, Miso-Place ist fertig. Wir werden jetzt schauen, wo wir diese Rüebeln jetzt holen. So, Miso-Place ist fertig. Jetzt müssen wir uns ganz leise anschleichen, weil die sind ja wild und schäu und wenn man da nicht aufpasst, dann sind die ja gerade weg. So, Miso-Place ist fertig. So, Miso-Place ist fertig. Moin bolletrage ist fertig. So, Miso-Place ist fertig. Läge es heute ins Bissen! Dani, nimm es raus! Du, ein rechter verdammter Mann! Du, aber wieso eigentlich ein Röbel und keine Forelle? Üben! Fürs Fischen in der Ausgangssperre!